Musik Die Staatskapelle Weimar, mein Orchester und ich, wir sind natürlich jetzt auch gezwungen zu pausieren, weil der Coronavirus die Welt umklammert hat und wir üben zu Hause, wir halten uns fit, weil Musik, Orchestermusik ist ein Hochleistungssport. Man muss das tun und ich hoffe jetzt, dass dieser Engel des Weimarer Künstlers Jens Christian Wittig alles behüten möge, die Wiedererwachung der Musik, der Kultur, die freischaffenden Musiker, vor allem die freischaffenden Musiker, die jetzt gar nicht gesichert sind. Ich hoffe, dass er alles behütet und schützen möge und natürlich den Rest der Welt auch. Vielen Dank. Vielen Dank.